Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir beschäftigen uns heute mit der Weiterentwicklung der Pflegeversicherung. Langzeitpflege ist vor wichtigen, vor schweren Herausforderungen. Zu meinen, es sind immer mehr Menschen, die die Langzeitpflege benötigen. Das ist seit Jahren zu beobachten. Die Tarife steigen. Es wird in der Pflege besser bezahlt. Darüber hinaus leben die Menschen, die in der Pflege versorgt werden, auch länger. Das sind alles gute Nachrichten. Mehr ältere Menschen, die die Pflege bekommen können, bessere Bezahlung, mehr Ausgaben für diejenigen, die dann auch später in höhere Pflegegrade übergehen. Also gute Nachrichten. Die Gründe für die Kostensteigerung sind Gründe, die wir ausdrücklich begrüßen. Es ist ein Mehr an Lebensqualität, eine Verbesserung der Versorgung, eine bessere Bezahlung. Somit darf man in diesem Bereich nicht den Fehler machen. In vielen Bereichen haben wir Kostensteigerungen, wo man sagen kann, das ist Mangel an Effizienz und so. Das ist in der Pflegeversicherung nicht so. In der Pflegeversicherung wird ausgesprochen effizient gearbeitet. Die Qualität ist hoch und das System braucht einfach mehr Geld. Daher ist das eine wichtige Debatte. Und ich bitte Sie, die Debatte auch in diesem Sinne zu führen. Ich möchte hier vorab allen Pflegekräften, die in Deutschland diese Arbeit machen, und wie gesagt, ich kenne viele persönlich, danken für diese hervorragende Arbeit. Das ist eine Arbeit, die geleistet wird in einem System, das in der Tendenz unterfinanziert wird, wobei viele Menschen ihr Leben einbringen, sich für diesen Beruf entschieden haben. Und wir werden alles tun in den bevorstehenden Reformen, um diese Menschen zu unterstützen und die Pflege zu gewährleisten. In diesem Sinne will ich die Debatte heute geführt wissen. Ich beginne mit ein paar Zahlen und ein paar Missverständnissen, weil wir werden nachher ein paar Dinge hören, die nicht richtig sind. Und ich will vorab sagen, weshalb sie nicht richtig sind, weil dann können wir konstruktiver miteinander umgehen. Zunächst einmal, die Pflegeversicherung braucht mehr Geld. Und wir werden 6,6 Milliarden Euro für das Jahr 2024 zur Verfügung stellen. 2,6 Milliarden Euro sind Defizit. Das haben wir einfach geerbt aus der Vorgängerlegislaturperiode. 2 Milliarden Euro für eine Verbesserung der Leistung und 2 Milliarden Euro für eine bessere Bezahlung der Leistungen, die es schon gibt. So ist das ungefähr aufgeteilt. Jetzt kann man sagen, das ist ja noch nicht mal der Inflationsausgleich. Da wird die Pflege kaputtgespart. Das ist falsch. Das werden wir gleich hören. Aber die Inflation ist etwa 7,8 Prozent. Das sind 11 Prozent mehr. Kann man sagen, es ist zu wenig. Aber 11 Prozent mehr kann man nicht kleinreden. Und man muss auch schauen, die Pflegeversicherung ist seit dem Jahr 2017 von 35 Milliarden Budget pro Jahr auf dann 66 Milliarden angestiegen. Wir haben derzeit eine Verdopplungszeit der Kosten in der Pflege von ungefähr acht Jahren. Wenn man das nach vorne denkt, steigt in keinem Bereich die finanzielle Belastung stärker als in der Pflege. Bei weitem nicht so stark in der Rentenversicherung, bei weitem nicht so stark prozentual bei der Gesundheitsversorgung. Es ist der am stärksten wachsende soziale Bereich. Und der Bereich ist unterfinanziert. Aber man muss auch ehrlich sein, von 35 Milliarden auf 66 Milliarden in sieben bis acht Jahren zu steigern. Das ist sehr wichtig. Dafür danke ich allen, die diesen Weg mit uns gemeinsam gegangen sind und auch weitergehen werden. Ich möchte auch ausdrücklich darauf hinweisen, wir müssen den Beitragssatz dafür um 0,35 Beitragssatzpunkte erhöhen. Da wird immer vorgetragen, da höre ich das jeden Tag, das ist viel zu viel. Oder 0,4 wäre gar nicht diskutabel. Wenn man sich das anschaut, wenn man jetzt meinetwegen von Lohnerhöhungen von etwa 5 Prozent ausgeht oder 4,3 Prozent Rentenerhöhung, wenn ich die Zusatzbelastung dieser 0,35 Prozent auf den Arbeitnehmer berechne, dann gehen ihm 2 Prozent der Erhöhung verloren. 2 Prozent geben wir dann aus von der Erhöhung für diesen Bereich. Und da sage ich an dieser Stelle, mir wäre sogar mehr Recht gewesen, ehrlich gesagt, weil die Pflege ist das wert. Die Verbesserung der Pflege ist es wert, dass wir einen kleinen Teil, das sind weniger als 2 Prozent, dessen, was wir mehr bekommen, auch mit der Pflegeversicherung teilen. Daher ist das eine maßvolle Erhöhung. Sie wird paritätisch vergütet. Wenn in den Debatten herauskommt, da kommen noch andere Mittel rein. Wir erhöhen das noch weiter oder Steuermittel, das ist alles gut. Aber ich glaube, dass das eine Basis ist, auf der man sprechen kann, von der man ausgehen kann. Es sind auch wichtige, dass nicht alles zerredet wird, dass wir nicht den Fehler machen, dass wir alles zerreden. Wir können über mehr jederzeit reden, das werden wir auch machen. Ich freue mich auf die parlamentarischen Beratungen hier. Aber dass wir nicht den Fehler machen, zwei Dinge zu machen, die falsch sind, dass wir so tun, als wenn die Pflege schlecht wäre, das ist sie nicht. Und wir können auch nicht so tun, als wenn jetzt gar nichts vereinbart wäre, sondern 6,6 Milliarden mehr in einem Jahr. Das ist wichtig, das brauchen wir. Pflegegeld steigt um 5 Prozent. Das sind im Durchschnitt für die 2,5 Millionen Leute, die das bekommen, 270 Euro mehr im Jahr. Die ambulanten Sachleistungen steigen auch um 5 Prozent. Das sind 580 Euro pro Jahr für jeden, der betroffen ist. Wir erhöhen die Zuschüsse noch einmal. Die Vorgängerregierung hat die Zuschüsse eingeführt. Das hat immer meine Billigung und meine Zustimmung gefunden. Ich bin nicht derjenige, der sagt, nur weil das meinetwegen von Jens Spahn eingeführt worden ist, ist das eine schlechte Idee, sondern das war richtig. Und wir werden das sogar fortführen und diese Zuschüsse erhöhen. Das war ein richtiger Aufbruch, das bezahlen. Ich hätte mich gefreut, wenn es auch finanziert gewesen wäre. Aber alles gut, das machen wir jetzt. Aber der Schritt war richtig und wir gehen weiter in diese Richtung. Somit, ich komme zum Schluss, klar ist, und das wird von mir hier nicht beschönigt, verschwiegen, irgendetwas. Klar ist, wir sind, was die langfristige Finanzierung der Pflege angeht, sind wir an einem Wendepunkt. Das jetzige System kann man nicht dauerhaft so weiter ausbauen, wie wir es jetzt gemacht haben. Es muss anders gemacht werden. Und darüber werden wir eine Debatte führen in diesen parlamentarischen Beratungen. Wir werden im nächsten Jahr dazu auch einen Vorschlag machen als Bundesgesundheitsministerium. Das stimmen wir mit anderen Ressorts ab. Und da werden dann die Fragen gestellt werden. Brauchen wir mehr Steuern? Dann muss aber auch gesagt werden, welche Steuer wird erhöht? Weil aus den derzeitigen Steuern ist das nicht bezahlbar. Wenn wir mehr Steuern wollen, dann muss man sagen, welche Steuer kommt. Wir werden darüber reden, also wie wir die Beitragssätze staffeln. Wir werden darüber reden, gehen wir in Richtung einer Vollkaskoversicherung. Was ich richtig fände, alles ist offen. Aber, oder auch vielleicht in Richtung einer Bürgerversicherung, auch diese Diskussion fiele mir nicht schwer. Würde ich mich nicht schwer betun. Ich danke auf jeden Fall allen, die bisher mitgearbeitet haben. Wir gehen da offener ran. Und ich hoffe, wir haben eine gute Debatte. Und wie gesagt, ich bin ganz sicher, wir werden zum Schluss eine Reform haben aus einem Guss, wo wir alle dahinterstehen können. Ich danke Ihnen allen für die vorzügliche Aufmerksamkeit. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege...